Diese hier zum Kauf angebotene gut gepflegte 4-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Leipzig-Gulles-Mitte. Die Wohnung befindet sich in einem 5-Etagen-Haus und wurde 1999 saniert. Das Objekt verfügt über einen Balkon, ein Badezimmer, eine Gästetoilette und einen Keller. Bei einer Wohnfläche von ca. 137 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 230.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF, 2020